Keir Passer Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding und zu einer weiteren Folge Was hältst du davon, Coach? Reactions. Let's go. So, was geht ab, Emil? Yes, yes, yo, to the beat, yo, we have a new reaction video. Ich fange gleich an zu breakdancen. Herzlich willkommen bei dem Format Was hältst du davon, Coach? 2.0. In diesem Format, wer es noch nicht kennt, zeige ich Mike TikToks, Shorts, Reels, kontroverse Themen, die teilweise mit Bodybuilding zu tun haben, teilweise überhaupt nicht. Teilweise werden wir gemobbt, teilweise werden wir gedisst, wir kriegen Shitstorm, wir werden gefrontet, aber teilweise feiert ihr es auch sehr und gebt uns Support und danke dafür an dieser Stelle. Ja, und da an der Stelle natürlich nochmal ganz wichtig, in letzter Zeit freuen wir uns sehr über die Rückmeldung und denkt an eine Sache, wenn ihr das frequentiert guckt und euch unterhalten fühlt, habt ihr vielleicht vergessen zu abonnieren. Das ist der beste Support, den ihr mir geben könnt. Also einmal wirklich auf den Abo-Button klicken, wenn ihr merkt, ich habe das jetzt schon ein paar Mal geguckt, habe mich irgendwie unterhalten gefühlt, habe mich vielleicht sogar aufgeklärt gefühlt, vielleicht wurde mir sogar geholfen. Wenn dem so ist, Abo-Button. Ganz wichtig. Und insofern vergesst bitte nicht den Support. Also, wir sind hier wieder bei einem Reaction-Format und ich sehe ein Standbild. Warnung, dieses Protein nicht essen. Interessant. Warnung vor Protein. Hier 20 Gramm, die echte Eiweißbombe steht hier drauf. Okay, Protein ist sehr wichtig für unseren Körper, aber nicht in Form von solchen Pudding mit ganz viel Zucker. Und künstlich, künstlich Zutaten. Der Darmexperte. Oh, dann kann ich mir denken, in welche Richtung es geht. Wenn es um den Darm geht, kann ich mir denken, dass es um den Süßstoff geht. Da würde ich jetzt einfach mal tippen. Der Darmexperte, den kenne ich jetzt nicht, aber ist ja an sich ein interessantes Fachgebiet. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Soll ich einfach mal loslegen hier? Genau, wie immer will ich nichts verraten. Ich lasse dich schauen und danach sagst du mir bitte deine Meinung. Gut, dann legen wir los. Warnung vor Protein. Hier 20 Gramm. Warnung vor Protein finde ich erstmal eine bescheuerte Aussage, muss ich sagen. Das ist nicht cool. Klar, man will ja auf jeden Fall triggern. Die ersten paar Sekunden zählen. Das heißt, hier wurden eindeutig die Hausaufgaben für den Algorithmus gemacht. Und dann nutze ich doch mal diese kontroverse Aussage, wenn ihr euch nicht so ein Proteinpudding gönnen wollt, weil Protein schädlich ist, dann gönnt euch doch so ein Cookie vom Austrian Cookie Dealer. Und die sind übrigens auch zuckerreduziert und dann teilweise auch mit Zuckerzusatzstoffen bzw. mit Zuckerersatzstoffen versehen. Aber beim Austrian Cookie Dealer könnt ihr mit Mike 10 so eine Ausnahmeköstlichkeit gönnen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Viele von euch werden ihn schon kennen. Folgt ihm auch gerne auf Instagram, da seht ihr Foodporns ohne Ende mit diesen Cookies. Und einer dieser Cookies hat auch verdammt viel Kalorien. Also es geht wirklich darum, Ausnahmen mal was gönnen. Benutzt ihn als Geburtstagstorte oder sowas, habe ich schon gemacht. Das ist geil. Mit Code Mike 10 kriegt ihr da die feinsten Cookies für ein Special-Erlebnis. Ich glaube, damit könnt ihr auch euren Partner mal überraschen, wenn es einfach ums Naschen geht. Und ich muss grundsätzlich sagen, ich habe nichts gegen diese Puddings. Muss ich wirklich sagen, ich habe nichts dagegen. Ich finde, Dosis macht wie immer das Gift. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf die Argumentation. Die echte Eiweißbombe steht hier drauf. Aber, liebe Leute, ich warne nicht vor Protein, sondern nur vor... Danke, dass du es nochmal klarstellst. Das ist nett. Weil, also man muss es klarstellen. Er hat den krassen Spoiler am Anfang aufgelöst. Danke dafür. Es geht weiter. Solchen merkwürdigen Produkten hier, weil Protein selber könnte man ja noch drüber reden. Aber da ist dann auch... Man könnte drüber reden. Protein ist nicht so wichtig, aber man kann drüber reden. Jetzt geht's los. Okay, aber dann ist da auch Acesulfam. Okay? Acesulfam, Sucralose, künstliche Süßstoffe da drin. Da sind Emulgatoren drin. Da sind Aromen drin, die nicht weiter deklariert sind. Alles mögliche. Modifizierte Stärke. Auch gar nicht gesund für uns. Und 20 Gramm ist ja nun auch mal nicht so viel. Wer wirklich Eiweiß auch zu sich nehmen möchte, gibt es jetzt mal fünf Pflanzen, die mehr haben. Hanfsamen, Kürbiskerne, Erdnüsse, Linsen und Mandeln liegen alle über 20 Gramm. Ja, aber Bruder, das sind ja pflanzliche Proteinquellen. Das heißt, du kannst keine 20 Gramm Protein aus einer pflanzlichen Quelle mit 20 Gramm Protein aus einer tierischen Quelle vergleichen. Weil die biologische Wertigkeit bei tierischem Protein viel höher ist. Das heißt, er hat schon recht. Klar gibt es andere Proteinquellen. Das Gesündeste, was man tun kann, ist sie zu kombinieren. Das weiß man mittlerweile. Das heißt, die Kombination aus pflanzlichen und tierischen Proteinen ist sehr gut für die biologische Wertigkeit. Aber wenn man beide einzeln hinstellt, dann haben die tierischen eine höhere Wertigkeit. Und hier wird in der Regel Milcheiweiß verwendet. Teilweise auch wirklich Whey-Protein. Und das hat schon eine sehr hohe Wertigkeit. Das heißt, mit dem Protein kann man sich jetzt erstmal auf pflanzlicher Ebene nur sehr schlecht messen. Das ist wichtig, dass wir das gleich mal klarstellen. Das heißt, der Vergleich hinkt. Sein Fachgebiet dürfte hier der Darm sein. Also das heißt, das muss er eigentlich wissen über die biologische Wertigkeit. Ich denke, wenn es um den Darm geht, ist die Argumentation nochmal anders zu sehen. Ihm geht es vor allem darum, dass er die ganzen Zusatzstoffe nicht gut findet. Darauf sollten wir eingehen. Es gibt natürlich mittlerweile reichhaltig viel Evidenz über Süßstoffe und was sie im Magen-Darm trakt. Oder sagen wir mal so, was sie generell mit uns machen. Die einzige Erkenntnis, die es momentan laut Meta-Analysen gibt bezüglich des Mikrobioms, ist, dass sie das Mikrobiom verändern. Jedoch nicht, ob positiv oder negativ. Das weiß man nicht. Das heißt, wir müssen über anekdotische und vereinzelte Berichte gehen. Und da gibt es Andeutungen. Auch studientechnisch Andeutungen. Nur halt noch nicht wirklich so, dass man sagen kann, das ist so. Es mag sein, dass ein kleiner Teil der Bevölkerung auf diese Süßstoffe empfindlich reagiert. Das mag sein. Und das habe ich sogar im Coaching schon festgestellt. Das heißt, ich habe vereinzelt Menschen, die sagen, sie reagieren empfindlich. Was mache ich, wenn diese Fälle auftreten? Ich filtere. Das bedeutet, ich fange an, okay, was genau. Weil die sagen auch immer sofort, ey, ich reagiere zum Beispiel aufs Whey. Und sage ich, okay, Moment. Was ist hier noch mit dabei? Was ist du da noch mit? Und dann stellt sich meistens raus, dass sie auf andere Dinge reagieren, die zusammen mit dem Whey konsumiert werden. Meistens ist es zum Beispiel nicht das Whey. Okay, aber was man schon sagen kann bei den Menschen, bei denen das übrig bleibt, dass es die Vermutung des Süßstoffs ist, ist es, das sind die Menschen, die sich zum Beispiel von dem Flavit noch sehr, sehr viel reinkippen, also von einem Geschmackspulver, die dann drei oder vier, fünf Flaschen Cola Zero am Tag noch trinken. Wobei bei Cola Zero auch gewisse Säuren noch mit am Start sind, die vielleicht für den Magen gar nicht gut sind. Also gar nicht unbedingt das Aspartam und was da drin ist und die Isoklarose. Und das heißt, es kommt ein ganzer Cocktail am Tag von Zusatzstoffen zustande, der in der Summe eine Auswirkung haben kann auf den Magen-Darm-Trakt. Und die kann gerne auch unangenehm sein. Das möchte ich niemals bestreiten. Zusätzlich dazu halte ich als Hauptverursacher dieses Gerüchtes oder auch dieses Problems meistens mehrwertige Alkohole. Mehrwertige Alkohole sind vom Körper ballaststoffartig angenommene Stoffe, die zum Süßen benutzt werden. Und die haben übrigens nichts mit Alkohol zu tun, weil ich das Thema auch oft schon mit Moslems aus dem Coaching hatte, die dann gesagt haben, darf ich das überhaupt konsumieren? Das ist ja Alkohol. Das ist kein Alkohol. Das heißt, die heißen so, weil sie von der Struktur an Alkohole erinnern, aber die haben nichts mit Alkohol zu tun. Gar nichts. Vielleicht sollte man sie einfach umbenennen. Das ist irgendwie besser. Insofern können mehrwertige Alkohole, dieses Phänomen kennen viele von euch vielleicht, wenn sie einen Eiweißriegel zu viel gegessen haben, die können deinen Magen wirklich aufblähen. Das ist wirklich unangenehm. Und da würde ich auch mitgehen. Davon würde ich nicht zu viel essen. Das ergibt in meinen Augen keinen Sinn. Aber jetzt rein, wenn wir mal nur von Acesulfam-K und Sukklarose reden, das ist die häufigst genutzte Kombination an Süßstoffen, die ist eigentlich komplett ungefährlich. Das muss man halt wirklich sagen. Da gibt es momentan keine Belege dafür, die sagen, dass das gefährlich ist. Und das Einzige, was halt im Raum steht, und das schon seit einer Weile, ist, was machen die eigentlich mit unserem Magen-Darm-Trakt? Diese Frage steht im Raum. Und da gibt es halt die Fraktion, die sagt, da passiert was Schlechtes. Und da gibt es die Fraktion, die sagt, kann man so nicht sagen. Denn das, was sie mit Lebensmitteln gemeinsam haben, und das unterscheidet sie gar nicht davon, ist, jedes Lebensmittel, das in dein Mikrobiom kommt, verändert das irgendwo. Und das Gleiche wurde bei Süßstoff halt auch festgestellt. Mehr kann man momentan nicht sagen. Und der Darmexperte ist vielleicht anderer Meinung. Das kann sein. Vielleicht hat er auch Informationen, die ich nicht habe. Aber ich habe mich immer wieder auch zwangsläufig darüber informieren müssen, weil die Diskussion halt immer wieder aufkommt. Und ich bin relativ sicher, dass ich da auf dem aktuellen Stand bin. Dieses Zeug, was er da angesprochen hatte, Azosulfat oder wie hieß das nochmal? Azosulfam K. Also er hat hier ein K vergessen. Das ist ein Süßstoff. Ja. Weißt du darüber was? Ist das schädlich? Nö, das meinte ich gerade. Also Azosulfam K und Soklarose sind die am häufigsten genutzten Süßstoffe in Lebensmitteln. Und gerade die sind auch sehr gut erforscht. Okay, also da hat man keine Bauchschmerzen mehr. Nein, da gibt es zig Meta-Analysen drüber, dass die keinen negativen Effekt auf unsere Gesundheit haben. Auch dieses Krebsthema ist schon lange vom Tisch. Sind das die gleichen, die in Zero-Getränken auch drin sind? Zum Teil, ja. Aber da, ja, also kann man schon sagen, zum Großteil. Was man halt immer sagen muss, Leute, es muss wirklich, man muss halt wirklich, wenn man sich Mühe gibt, ja, dann kriegt man seinen Magen auch belastet. Das heißt, wenn du halt den ganzen Tag, morgens fängst du an, mit 50 Gramm Whey-Protein in deinem Rice-Meal und machst aber noch vier Scoops Flavit rein, also Flavor-Pulver. Irgendwann bist du ja auch von Chemie dann irgendwann zerfressen. Irgendwann fängt das an zu grummeln. Du isst drei Eiweißregeln. Ab und zu mal ein Glas Wasser wäre nicht verkehrt. Genau, so ungefähr. Nicht nur Zero-Wasser. Trinkst ausschließlich Zero-Getränke, das grummelt irgendwann, das ist halt, irgendwann ist es viel. Und hier ist wieder die Devise, die Dosis macht das Gift. Ich halte sowas für klug, für ab und zu. Ich würde ihm auch recht geben, wenn jemand jetzt der Meinung ist, sein Haupteiweißbedarf darüber am Tag zu decken, ist das keine gute Idee. Ja, so fünf Stück am Tag davon, das wäre jetzt nicht so klug. Teilweise habe ich auch das Gefühl, er hat sich nicht mit dem Produkt beschäftigt. Nicht sowas hier völlig überteuertes und wirklich ungesundes kaufen. Das ist auch eine absolute Falschaussage, dass ich würde dieses Produkt nicht als ungesund deklarieren. Er trifft hier Aussagen, mit denen kann ich nicht konform gehen. Sorry. Meinung dazu. Kaufst du hier sowas? Schreib das mal hier rein und welches Eiweiß du gerne isst. Danke. Sehr motiviert. So, lieber Dame Experte. Ich feiere das. Mach eine Ansage. Also, um der Sache mal ein Fazit zu geben. Grundsätzlich finde ich, davor zu warnen, finde ich übertrieben. Das heißt, man unterstellt halt, dass Menschen sich nichts anderes als das reinziehen und dass das ungesund wäre. Da würde ich vielleicht sogar mitgehen. Wenn man aber das Ganze als das sieht, was es ist und ich finde, das ist auch unbestritten, nämlich eine Abwechslung, in der weniger Zucker drin ist und ja, ich weiß, da sind 4 Gramm Zucker deklariert drauf. Leute, das ist Milchzucker. Das ist quasi ein Milchprodukt und wenn da Zucker drin ist, da steht ja auch hinten drauf, enthält von Natur aus Zucker, das ist Milchzucker. Wenn ihr auf irgendwelchen Produkten, die Milchprodukte sind, zum Beispiel immer 4 oder 4,1 Gramm Zucker seht, das ist Milchzucker. Das ist Laktose. Das ist nicht schlimm. Ja, das ist also ganz normal. Ich meine, ich bin kein Fan von Laktose. Schon allein deswegen würde ich das nicht so zu meinem Daily Intake machen. Aber ich nasche die Dinger auch manchmal gerne. Ich habe manchmal so Phasen, da esse ich die, dann wieder nicht. Und ich finde, dafür ist es ganz gut, wenn du mal Lust auf sowas hast, warum nicht essen und das Protein, das da drin ist, entgegen der Aussage, die er trifft, ist gut. Meistens wird da ganz einfach Milchprotein genommen. Magermilchproteinpulver, was weiß ich. Da wird jetzt nicht irgendwie Kollagenhydrolysat oder sowas genommen, ein Protein, das tatsächlich minderwertig ist. Da werden ganz gute Proteine für genommen. Tatsache sind auch solche Produkte, witzigerweise der Grund dafür, dass diverse Supplementfirmen, auch Bigzone Probleme bekommen, an den Rohstoff Whey-Protein zu kommen, weil Firmen wie Ermann und Co. das aufkaufen. Genau für solche Produkte. Das heißt, da wird schon Protein verwendet, das auch hochwertig ist. Das ist nicht das Problem. Das heißt, es ist eine gute Proteinquelle, aber es sollte nicht deine einzige sein. Es ist eher ein Snack. Freu dich darüber, dass er Protein hat. Freu dich darüber, dass er weniger Zucker hat. Die ganzen Zusatzstoffe, die hier drin sind, sollten wirklich nicht zu viel konsumiert werden. Ich finde, das kann man so sagen. Zumindest ist das eine Aussage, die ethisch korrekt ist. Ob das wirklich so ist, der Beleg steht noch aus. Da möchte ich nochmal an die Studienlage erinnern. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Man kann doch nicht sagen, wie schlecht das ist. Man kann doch nicht mal sagen, dass es schlecht ist. Man kann wahrscheinlich von den Emulgatoren, das kennt ihr ja, manche dieser Emulgatoren sind ein Problem, die müsste man sich jetzt genauer angucken. Darüber könnte man was sagen. Aromen könnte man auch was sagen. Wie viel davon zu viel sind, das ist auch immer so die Frage. Aber da sind wir wieder beim Punkt. Die Dosis macht das Gift. Deswegen finde ich, das Video ist ein bisschen Panikmache. Ich würde es an eurer Stelle, keine Ahnung, ich würde es nicht so ernst nehmen. Das ist mein voller Ernst. Ich würde dieses Video nicht so ernst nehmen. Das ist mein Fazit dazu. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Danke für deine Meinung. War interessant auf jeden Fall. Ich habe das Video auch gesehen und dachte mir, eigentlich sind diese Puddings doch gar nicht so verkehrt. Nee, sind sie nicht. Vor allem, guck mal, Warnung, dieses Protein nicht essen, das geht gar nicht. Und dann auch noch sagen, man soll stattdessen einfach Mandeln oder so essen. Also rein, auch hier wieder, rein vom Reinheitsgrad. Ja, Mandeln sind ein natürliches Lebensmittel. Die sind, wenn man das so möchte, wirklich gesünder. Aber sie sind keine bessere Proteinquelle. Das stimmt nicht. Das ist einfach nicht wahr. Und insofern, man kann ja auch nicht den ganzen Tag Mandeln essen. Du kommst ja nicht auf dein Eiweiß. Du wirst ja irgendwann auch fettleibig. Genau, es sind zu viel Fette. Leben und Leben lassen. So, er hat hier Content gesucht, ist in Ordnung. Ja, aber das, da sind Aussagen, da waren ja auch teilweise Aussagen dabei, mit denen kann man einfach nicht mitgehen. Gut, und das mit der Reichweite auch noch. Das Video ist gut viral gegangen. Was hat das? 600.000? 647.000. Krass. Also insofern, hier der Darmexperte, finde ich geil, weil das Mikrobiom ist wirklich eine sehr, eine sehr weitläufige Sache. Und da hat er mit Sicherheit auch mehr Ahnung als ich. Aber er trifft halt Aussagen über Ernährung, bei denen ich sicher weiß, dass sie so nicht stimmen. Ja. Das kann ich dazu sagen, mehr nicht. Okay, dann lieber Darmexperte, komm ins Studio. Wir wollen Beef mit dir. Komm vorbei auf dem Protein-Pudding. Podcast-Folge mit ihm, wäre interessant oder nicht? Klar, warum nicht? ja, er kommt mir halt ein bisschen festgefahren vor in dem, was er sagt. Ja, vielleicht gerade dann, deswegen, vielleicht wird es dann interessant. Also, Herr Darmexperte, falls Sie das sehen, nehmen Sie Kontakt mit dem lieben Iron Michel auf, Iron Mike 69. Yes, yes, yes. Und kommen Sie ins Café. Wir wollen Streit mit Ihnen. Alles klar, Grüße an den Darmexperten auf jeden Fall. Grundsätzlich, nette Botschaft, halt viel zu dramatisiert und dadurch leider ein paar Falschaussagen getroffen, um zu polarisieren. Deswegen finde ich das ein bisschen kritisch. Aber ansonsten würde ich sagen, jeder soll sein Ding machen. Und wenn ihr diesen Content gut findet, nicht vergessen, kleines Abo hier, schreibt in die Kommentare eure Meinung dazu. Konsumiert ihr solche Produkte? Und wie viele davon konsumiert ihr? Es ist wirklich so, dass man davon ausgehen kann, dass man davon warnen muss, weil es Leute gibt, die das sonst den ganzen Tag essen. Fühlt ihr euch da so angesprochen? Ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. And I'll do it, cause that's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block in your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power as long as you're dreaming. I'm gonna make it.